Mehr als 31 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Mein Name ist Julian Röpke und Sie sehen das Bildlagezentrum. Und wir beginnen im Südosten der ukrainisch-russischen Front. Dort in der Stadt Wuleda liefern sich Kämpfer der 72. Brigade der ukrainischen Armee ein erbittertes Gefecht mit russischen Invasoren, die diese Stadt mittlerweile von drei Richtungen angreifen und auch in ihr vorgedrungen sind. Wir schauen uns erst einmal die Karte an, um zu verstehen, wie dramatisch dort die Situation für die ukrainischen Verteidiger ist. Wuleda erkennen wir hier eine ehemalige 10.000 Einwohner Stadt, die, wie wir es gerade gesagt haben, sowohl mittlerweile von Westen als auch von Süden als auch von Osten attackiert wird. Und nichtsdestotrotz will die 72. Brigade dort weiter aushalten, setzt darauf, dass die ukrainischen Truppen eben es schaffen, hier zumindest im Norden eine gewisse Route freizuhalten Richtung Kurachow und Richtung andere größere Städte, um eben diese Versorgung dort aufrechtzuerhalten. Und wir haben neue russische Aufnahmen aus der Stadt, die uns zeigen, wie schwer dort die Kämpfe sind und was eben Russland macht, um hier die Ukrainer auch zum Aufgeben zu zwingen. Wir haben hier russische Drohnen, die nicht wie sonst so oft Bomben, sondern die in dem Fall Zettel abwerfen, die also Flugblätter abwerfen. Und da, wir sehen es hier diese kleinen Blätter, die sich jetzt hier verteilen. Die ukrainischen Verteidiger auffordern, sich zu ergeben. Das ist natürlich eine uralte Propagandaaktion, die wir auch schon aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Natürlich, wenn eine Stadt eben belagert wird, wenn sie teilweise umzingelt wurde, dann versucht man eben die Verteidiger dazu zu überreden, hier aufzugehen. Wir sehen aber eben auch, dass es noch durchaus einige große Häuser gibt in der Stadt, die eben unter ukrainischer Kontrolle sind. Wir sehen also, dass die Drohne hier rüberfliegt. Nichtsdestotrotz, das Ganze sind ja Häuser von hier fast zehn Stockwerken, die wir hier sehen, die weiterhin relativ gute Deckung bieten für die ukrainischen Verteidiger, die in diesen Häusern eben ausharren. Das Problem ist eben eher die Logistik. Das Problem ist eher der Nachschub und dass diese Stadt hier nicht umzingelt wird. Das heißt, in der Stadt gibt es durchaus noch Möglichkeiten für die Ukrainer sich zu verstecken und auch zu verteidigen. Nördlich der Stadt haben wir es gesehen, ist es eben sehr sehr nah dran, dass die Russen es schaffen, die vom Nachschub abzuschneiden und damit eben zur Aufgabe zu zwingen. Wir sehen, was die Russen neben diesen Zetteln machen. Sie besetzen nämlich alle möglichen Terrorwaffen ein, um hier erfolgreich zu sein. Unter anderem auch massiv setzen sie auf Brandmunition. Hier sehen wir Aufnahmen von vorletzter Nacht aus Wule da. Wir sehen eben diese Häuser, die wir gerade gesehen haben, die relativ großen. Wir sehen auch diese Garagen hier im Vordergrund und wir sehen eben diesen Feuerregen, der auf die Stadt niedergeht. Das Ganze ist tatsächlich Brandmunition der russischen Armee, die eben mit verschiedenen Raketen hier über der Stadt verteilt wird, um eben ja einfach diese Soldaten dort so stark wie möglich zu terrorisieren und sie eben zur Aufgabe zu zwingen. Wir schauen uns das nochmal kurz am Anfang an und sehen eben auch die verschiedenen urbanen Strukturen, die wir hier haben. Hier beispielsweise sind diese Garagen. Auch das ist immer sehr wichtig in der Ukraine. Das ist auch aus sowjetischen Zeiten, dass viele der Hochraussiedlungen eben riesige Garagenabteile oder Garagengegenden direkt daneben haben. Und hier sehen wir dann die größeren Häuser, die also bis zu 10, 15 Stockwerke haben und eben dort weiterhin stehen und dort weiterhin eben auch den Ukrainern eben Schutz bieten, um sich dort aufzuhalten, um dort die Stadt zu verteidigen. Das sind also Aufnahmen einmal von Brandmunition, die abgeworfen werden von Raketen. Wir haben aber auch ganz neue Aufnahmen, die zeigen, dass die Russen nach einigen Wochen der ukrainischen Dominanz in diesem Bereich selbst jetzt Drachendrohnen anwenden. Also selbst Drohnen anwenden, kleine FPV Drohnen, die eben mit Termit ausgerüstet sind und jetzt die ukrainischen Stellung hier attackieren. Und hier sehen wir Aufnahmen, die so im Splitscreen, wenn man so möchte. Auf der rechten Seite sehen wir die normale Sicht, auf der linken Seite die Thermalsicht und beides so sagen. Die Russen sind eben Waldkämmen nördlich von Wuleda, also nördlich der Stadt, die wir gerade eben gesehen haben, die ebenfalls noch von den Ukrainern gehalten werden, die aber jetzt eben angegriffen werden mit diesen Termitdrohnen, um eben dort Feuer zu legen, um eben dort diese Stellung in Brand zu setzen und wenn möglich auch natürlich so die Hoffnung immer, wenn man diese Drohne einsetzt, die Munition, die dort gelagert ist, zur Explosion zu bringen. Und wir sehen, dass es ja etwa vier Wochen waren, dass die Ukrainer eben diese Drachendrohnen angewandt haben und sie waren die einzigen, die sie angewandt haben. Aber jetzt, einige Wochen später oder knapp einen Monat später, ist es den Russen eben gelungen, ebenfalls diese Technik zu kopieren und jetzt ihrerseits die ukrainischen Stellung mit solchen Feuerdrohnen eben anzugreifen. Das Ganze ist natürlich eine Alternative zu der Brandmunition, die wir eben gerade gesehen haben, die von Uragan und Smerz und anderen größeren Raketenwerfern hier verteilt werden. Und diese Alternative ist natürlich wesentlich präziser, weil man nicht auf ein großes Gebiet zielt, sondern weil man auf dem Meter genau sagen kann, dort vermute ich eine ukrainische Stellung beispielsweise oder eine russische Stellung, dort muss ich angreifen und dementsprechend werde ich diese FPV-Drohne mit jemandem mit einer Brille, mit einer Steuerungsbrille, der das Ganze steuert, eben direkt dorthin steuern, damit sie eben direkt dort zum Einsatz kommt. Das Ganze also eine ukrainische Technik, die sich die Russen innerhalb weniger Wochen zu nutzen gemacht haben. Und wir schauen uns das Ganze aber auch an, dass es genau auch andersrum funktioniert. Denn wir haben ebenfalls neue Aufnahmen, die zeigen, dass die ukrainische Armee jetzt Nachtdrohnen einsetzt, also FPV-Drohnen, diese First-Person-View-Drohnen, die bislang eben nur am Tag eingesetzt werden konnten und jetzt auch in der Nacht eingesetzt werden. Auch das ist eine ziemlich signifikante Entwicklung, denn die Russen haben als Erste gesagt, vor einigen Wochen, vor etwa zwei Wochen, wir sind in der Lage FPV-Drohnen jetzt auch nachts einzusetzen und somit den ukrainischen Verteidigern eben nicht mehr die Möglichkeit zu geben, beispielsweise in der Dämmerung oder in der Nacht sich zur Position zu bewegen und zurück, sondern wir sind in der Lage, das jetzt auch in der Nacht anzugreifen. Wir sehen eine ziemlich eindrucksvolle Aufnahme der ukrainischen Armee, die eben einen Kamas-Lkw oder einen Ural-Lkw der Russen hier angreift auf einer Straße. Wir sehen gerade, die erste Drohne ist eingeschlagen. Das Ganze passiert, wie gesagt, in der Nacht. Wir sehen das an dieser Thermalsicht, die hier angewandt wird und wir sehen eben auch, dass die Insassen des Lkw nach dem ersten Angriff den verlassen haben. Wir sehen es also vielleicht, ich hoffe man erkennt das, hier also der Lkw, der dort steht, der bereits getroffen wurde und hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs russische Soldaten, die mittlerweile versuchen Deckung zu nehmen, weil sie ja wissen, die Drohnen sind unterwegs. Hier schießt auch jemand auf die Drohne, die gerade vorbeifliegt. Nichtsdestotrotz, das Ganze wird ziemlich schwierig für die Russen abzuhalten, denn so eine Drohne ist sehr schwer zu bekämpfen. Gerade in der Nacht natürlich ist es fast unmöglich, die direkt zu treffen. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wie die Drohne, die zweite sich eben nährt dem Lkw und dort ebenfalls einschlägt in diesen wahrscheinlich doch Ural-Lkw. Jetzt sehen wir weitere Aufnahmen vom Morgen, also direkt nach dem Sonnenaufgang, wo man eben sieht, dass dieser Lkw mittlerweile brennt. Wo die Soldaten sind, wissen wir nicht. Sie wurden jetzt hier nicht direkt angegriffen in der Nacht. Allerdings geht es eben auch darum, die Verkehrswege oder die logistischen Möglichkeiten des Transports der Russen hier einzuschränken. Und diese sehr präzisen FPV-Drohnen setzt die ukrainische Armee nicht nur in der Nacht ein, sondern selbstverständlich auch weiterhin am Tag. Und dort haben wir Aufnahmen, die einmal mehr zeigen, wie unfassbar genau das Ganze funktioniert. Wir sehen hier eine Überwachungsdrohne, die zeigt, wie ein russischer Grattraketenwerfer rückwärts in ein Haus reinfährt. Hier sehen wir den Grattraketenwerfer und hier das Haus, wo eben er Unterschlupf sucht und wo die Ukrainer dann aufgrund dieser Überwachungsaufnahme annehmen, dass sich dort auch Munition befindet. Dass dort entweder der Grattrafer selber eben Unterschlupf findet oder zumindest eben Raketen gelagert werden. Und das Ganze ist jetzt ziemlich eindrucksvoll, denn die fliegen jetzt mit einer ihrer Drohnen eben in dieses Gebäude rein. Versuchen also dort zu sehen, ob der sich da selbst drin aufhält, ob sich da Soldaten aufhalten oder ob dort Raketen sind. Wir sehen jetzt hier einen Anflug. Ich hoffe, man erkennt es, das ist also das gleiche Gebäude, wie wir gerade eben gesehen haben, wo eben noch der Werfer reingefahren ist. Und jetzt fliegt eben die FPV-Drohne hier rein. Die Russen haben das hier schon versucht, um ein bisschen zu verstecken. Wir sehen hier diesen großen Vorhang, aber der ist eben nicht konsequent aufgehangen und deshalb schafft es die Drohne jetzt links da vorbeizufliegen, fliegt jetzt in dieses Gebäude hinein. Und was wir jetzt gleich sehen, auf der rechten Seite ist tatsächlich ein großes Lager. Hier sehen wir es von ungefähr 20 Grad Raketen, BM-21 Raketen, die hier gelagert wurden durch die Russen für den nächsten Angriff auf eine ukrainische Stellung oder eine ukrainische Stadt. Und die Ukrainer sind dementsprechend extrem glücklich, dass sie das gefunden haben, dass sie also richtig lagen. Mit ihrer Vermutung fliegen jetzt hier direkt mit dem RPG-7-Sprengkopf rein der Drohne und das Ganze führt dann zu einem Inferno in diesem Waffenlager der russischen Armee. Und das Ganze ist schon interessant, wie die Ukrainer das machen, denn eigentlich braucht man eine Art Verbindung, am besten unter freiem Himmel zu dieser Drohne, damit das Funksignal eben auch funktioniert. Offenbar ist es ihnen aber gelungen, auch innerhalb eines Gebäudes, wir können es uns noch mal ansehen, innerhalb eines Gebäudes das Funksignal eben aufrecht zu erhalten, zwischen dem Operateur der Drohne, der etwa fünf Kilometer bis zehn Kilometer entfernt sitzt und eben dieser kleinen Drohne, die es hier in dieses steinerne Gebäude hineinschafft und trotzdem eine relativ gute Verbindung eben hält. Und somit können die Ukrainer eben auch innerhalb des Gebäudes sich genau ansehen, was sie hier treffen und können dort einen präzisen Angriff eben auf dieses Waffenlager, auf dieses BM-21-Raketenlager der russischen Armee hier fahren, auch in der Region. Donetsk. Wir wollen weitergehen in die Region Charkiv, in die Stadt Wovchansk. Dort hat ja die ukrainische Armee nach eigenen Angaben vor zwei Tagen das sogenannte Aggregatwerk, ein Industrieviertel im Zentrum der Stadt zurückerobert. Die Russen haben gesagt, das stimmt überhaupt nicht, man hätte dieses schon lange verlassen gehabt und dort gäbe es gar keine ukrainischen oder auch keine russischen Soldaten zu der Zeit. Interessanterweise hat die russische Armee aber genau zwei Tage später Material veröffentlicht, wo sie dieses Aggregatwerk, also dieses Industrieviertel dort bombardieren in Wovchansk. Und das ist im Grunde eine Bestätigung von dem, was wir vorher von den Ukrainern gehört haben, nämlich, dass dieses Werk in Wovchansk jetzt nicht mehr unter russischer Kontrolle ist, sondern wieder unter ukrainischer Kontrolle. Wir sehen das hier relativ genau, wie eben dieses Werk im Zentrum der Stadt angegriffen wird, wie dieses Industriegebiet hier unter schwere Bomben gerät. Angeblich sind das FAB 1500, die eingesetzt werden, also 1,5 Tonnen schwere Bomben, russische Gleitbomben, die eben diese, dieses Gebiet verwüsten sollen. Und das Ganze zeigt uns aber nicht nur das Werk, sondern es zeigt uns eben auch die gesamte, ja, gesamte Stadt. Und die sieht mittlerweile wirklich aus, ja, wie nach einem russischen Bombenangriff. Warum? Weil die Russen nämlich diese Stadt mit allem, was sie haben, zerstören. Einige Beobachter am Internet haben das mit Hiroshima verglichen. Das sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall, was wir hier sehen, sind tatsächlich ehemalige große Gebäude, auch hier unten. Das sind teilweise zehnstöckige Gebäude, die hier stehen. Da gibt es kaum noch etwas zu sehen. Das heißt, die Stadt ist völlig zerstört. Ehemals knapp 20.000 Einwohner in Wovchansk. Am 10. Mai begann der russische Angriff auf diese Stadt und etwa vier Monate später ist von dieser Stadt tatsächlich fast nichts mehr übrig. Interessanterweise hat es aber eben nicht dazu geführt, dass die russische Armee das erobern konnte, sondern es hat zu einem, ja, tödlichen Patt innerhalb der Stadt geführt. Weder die Russen waren in der Lage, diese Stadt zu erobern, noch die Ukrainer, die Russen hier komplett zurückzudrängen. Wir sehen hier noch einmal mehr, was, weshalb es so wichtig war, dieses Aggregatwerk eben zurückzuerobern. Während wir hier dieses Industriegebiet sehen, sehen wir direkt dahinter die Wovchansk. Und das ist eben der Fluss, der einmal quer durch Wovchansk führt. Und dieser Fluss ist quasi die Front gewesen in dieser Zeit. Die Russen wollten ihn überqueren, weil sie dann auch den Südteil der Stadt hätten erobern können. Das ist ihnen allerdings nicht gelungen. Und das ist, ist eben ganz großer, der, der Verdienst des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, der es eben geschafft hat, dort dieses Werk zurückzuerobern. Auch dazu wollen wir uns kurz auf der Karte ansehen. Wir wollen uns ansehen, wie dort die Gegebenheiten sind in Wovchansk. Und wir sehen es ja hier relativ gut, die ganze Stadt hat ja diese Ausmaß. Ich hoffe, man erkennt, es ist ein bisschen dunkler eingezeichnet als der Rest. Und von den Russen besetzt ist eben immer noch nur, in Anführungsstrichen, der nördliche Teil. Das heißt, auch nach vier Monaten hat man es nicht geschafft, hier weiter vorzudringen und eben die gesamte ehemalige 20.000 Einwohner Stadt unter russische Kontrolle zu bringen. Wir bleiben in der Region Charkiv, gehen etwas weiter nach Westen in Richtung der Stadt Charkiv. Dort gibt es ein neues russisches Propaganda-Video, was uns zeigen soll, wie ein ukrainischer Mehrfachraketenpfeffer zerstört wird. Aber dieses Video wirft tatsächlich einige Fragen auf. Und ich finde es ein relativ gutes Beispiel, um zu zeigen, dass eben ja trotz vieler tatsächlicher Erfolge der russischen Armee und trotz vieler tödlicher Angriffe eben, die auch ausgeführt werden auf ukrainische Armee-Einheiten, dass es eben immer wieder sehr interessante Propaganda ist, die eingeführt wird, um eben den eigenen Erfolg noch ein bisschen größer zu machen, als er eigentlich ist. Was wir hier sehen, sind Aufnahmen einer russischen Drohne, die, da sehen wir es, die hier einen Mehrfachraketenwerfer bei der Arbeit zeigt, und zwar einen ukrainischen. Das Ganze nördlich von Charkiv statt, wie gesagt, und die Russen behaupten, dass es sich hier um einen aus Tschechien gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Vampir handelt, der also hier viele Raketen abschießt. Der schießt ja auch relativ wahrscheinlich in Richtung Belgerod, also in Richtung Russland ab, und dort schlagen sie auch ein. Das Interessante ist aber, dass die Russen jetzt behaupten, sie würden dieses Teil zerstören, sie hätten es verfolgt und würden es jetzt eben, ja, diesen Angriff sozusagen zunichte machen. Und das Fahrzeug hier unten, das Fahrzeug soll dieser Vampir sein, die wir gerade eben gesehen haben. Und ganz viele Beobachter am Internet haben gesagt, das ist völliger Quatsch, denn der Vampir hat insgesamt vier Achsen. Was wir hier haben, ist ein zweiachsiges Fahrzeug. Wir sehen hier das vorne und das hintere Rad, was hier lang fährt. Und wir können es mal kurz laufen lassen und sehen eben hier nochmal von relativ nah, dass es sich hier womöglich nicht mal um ein militärisches Fahrzeug handelt, sondern vielleicht um ein Mähdrescher oder ähnliches. Was wir danach sehen, sind weitere Aufnahmen der russischen Armee, die sagen, jetzt hätten sie dieses Fahrzeug verfolgt. Sie wüssten, wo das wäre und würden jetzt hier dementsprechend das Depot zerstören, wo es geparkt ist. Und auch hier haben Analysten festgestellt, dass dieser Ort, der hier bombardiert wird, in dem wir ja nicht gesehen haben, dass da irgendetwas reingefahren ist, dass dieser Ort 17 Kilometer entfernt ist von dem Abschussort, den wir eben gerade gesehen haben, nämlich diesem Ort, der am Anfang hier gezeigt wird. Und das Ganze sei doch relativ unwahrscheinlich, dass eben dieses Fahrzeug, was hier schießt, was dann an einer Weitlichtung gezeigt wird, was 17 Kilometer weit geparkt haben soll, ohne dass es dafür visuelle Belege gibt, dass dieses Fahrzeug hier tatsächlich getroffen wird. Insofern ist das Ganze etwas ja, was wirklich mit Vorsicht zu genießen ist, aber was eben einmal mehr zeigt, dass die Russen ganz oft eben auch den Wunsch als Vater des Gedanken haben, auch ihrer Videos, die sie dann zeigen, um zu zeigen, da hat man etwas zerstört und hier würde man hunderte und aber hunderte ukrainische Soldaten getötet haben. In der Realität ist es auch so, dass die Ukrainer natürlich relativ hohe Verluste hinnehmen müssen. Allerdings sieht man an solchen Videos eben, dass ein Teil davon nicht reell ist. Apropos hohe Verluste, da gibt es ein neues Video aus dem Bereich Pokrovsk, aus der Stadt, der 65.000 Einwohner Stadt der ehemaligen, die Russland unbedingt erobern möchte. Und die Ukraine setzt hier einmal mehr auf sogenannte Bodendrohnen oder Kamikaze-Roboter oder ähnliches am Boden. Und einen davon sehen wir hier. Das ist also ein kleiner Roboter, in dem Fall mit zwei Achsen und vier Rädern, der sich eben auf die russischen Stellung zu bewegt und dort versucht, an einer Stelle eben aktiv zu werden, wo die ukrainischen Soldaten eben nicht selbst hinein können. Dieser Roboter nennt sich Ratel S. Wir sehen ihn hier unten. Und dieser Ratel S fährt hier in eine Unterführung unter Bahnstrecken in der Nähe von Pokrovsk oder anders ausgedrückt am nordwestlichen Ende von Noworodivka, was ja von russischen Truppen erobert wurde. Und wir sehen jetzt gleich die fatalen Auswirkungen dieses Angriffs. Hier fällt also dieser Roboter hinein und wir sehen jetzt, wie er eben explodiert und wie dieser gesamte, die gesamte Unterführung unter diesen Bahnschienen jetzt hier schwer in Mitleidenschaft gezogen wird. Laut ukrainischen Angaben hat es dabei zehn tote russische Soldaten gegeben. Das kann man nicht nachvollziehen, weil man hier keine Menschen darauf sieht, weil man also keine russischen Soldaten hier sieht. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Frontsituation anguckt und das schauen wir jetzt einfach mal, dann ist das tatsächlich die Unterführung, die am allernächsten an Pokrovsk dran ist und die eben höchstwahrscheinlich auch russische Soldaten eben beherbergt hat, wenn man so möchte, weil die natürlich auch für die Nacht eben Plätze suchen, wo sie nicht bombardiert werden können von oben. Und das ist natürlich unter solchen Schienen immer sehr gut. Was wir gerade gesehen haben, war also noch mal, um zu zeigen, relativ genau an dieser Stelle hier. Das ist also der nächste Punkt zwischen Noworodowka und Pokrovsk. Und das sind eben auch, hier sieht man es vielleicht auch ganz gut, die Bahnschienen, die eben dorthin führen in die Stadt, entlang derer ja die Russen bereits seit mehreren Monaten versuchen vorzurücken. Wir bleiben in der Region Donetsk, wollen jetzt schauen in die Stadt Toretsk, eine weitere Stadt, wo die Russen versuchen vorzurücken und wo die Ukrainer eine ganz interessante Taktik versucht haben oder angewendet haben, um hier russische Soldaten innerhalb der Stadt eben im urbanen Kampf ausfindig zu machen. Wir sehen hier die Nutzung einer sogenannten Black Hornet Drohne. Das ist eine militärische Drohne, die relativ klein ist, die also hier sehen wir sie da oben, so ein Mini-Helikopter, wenn man so möchte, die eben genutzt werden kann, um von einem Raum in einen anderen Raum zu fliegen, die wirklich nur einen sehr kleinen Rotor hat und deshalb eben auch durch offene Fenster, durch offene Türen fliegen kann. Und wir sehen jetzt, wie die Drohne jetzt hier rausfliegt, einmal aus dem Fenster und dann ins Nachbarhaus eben reinfliegt und nachschaut, ob es denn dort russische Soldaten gibt, also ob die Ukrainer ihr Leben riskieren müssen, um eben von einem Haus ins andere Haus zu gehen und eben dort aktiv zu werden. Wir sehen hier relativ gut, die Drohne fliegt also von Stockwerk zu Stockwerk, fliegt in offene Türen und wir sehen dann jetzt auch gleich, dass sie einen russischen Soldaten findet, der offenbar auch FPV-Operateur ist, also FPV-Drohnen-Operateur ist, denn der trägt einen Computer mit sich. Das ist das letzte, was wir von ihm sehen, bevor er dann höchstwahrscheinlich auf die Drohne raufhaut. Hier kommt er direkt raus. Wir sehen, dass er eben ein Laptop hier umgeschnallt hat. Hier sehen wir, dass das hier zu seinen Schultern geht und dass er eben dort wahrscheinlich dabei war, FPV-Drohnen zu steuern. Jetzt haut er auf die Drohne rauf, die er gerade gesehen hat. Nichtsdestotrotz, die Ukrainer wissen jetzt, wo der Russe ist, gehen eben in den gleichen Eingang hinein und wissen, in welchem Stockwerk sie es zu suchen haben, um eben den russischen Soldaten dort auswendig zu machen. Wir wollen einmal mehr uns die sogenannte erste Drohnen gestützte Flugabwehr der Welt ansehen. So nennen es die Ukrainer, so nennen es verschiedene Aktivisten, die eben sagen, ja, die ganze westliche Flugabwehr, die wir hatten, die so extrem teuer war und die so extrem schwer nachzuliefern ist, die funktioniert so mittelmäßig. Wir haben stattdessen ein System uns überlegt, mit dem wir eben es schaffen, die russischen Drohnen zu massenweise vom Himmel zu holen. Und hier haben wir neues Material der 92. Brigade der ukrainischen Armee, die uns relativ genau zeigen, wie das Ganze funktioniert und auch welche Massen tatsächlich hier angegriffen werden und welche Massen eben auch getroffen werden. Ja, man sieht ganz selten den Absturz oder eigentlich nie, weil natürlich die Drohne in dem Moment, wo sie explodiert, keine Signale mehr sendet. Wir sehen aber, wie unfassbar viele Drohnen ganz genau angeflogen werden können und eben hier auch bis auf wenige Zentimeter Entfernung sozusagen dieser Anflug gefilmt wird. Und wie wir dann eben höchstwahrscheinlich, allerhöchstwahrscheinlich eben den Absturz bei der Drohnen haben. Zum einen der sehr preiswerten kleinen FPV Drohnen, die kostet etwa 500 Euro und zum anderen eben dieser großen Orlan oder Sala oder Supercam, die jeweils, kommt auf den Typ an, ja, zwischen 10.000, manche sogar 50.000 Euro kosten. Und das Ganze macht die russische Armee tatsächlich in einigen Bereichen relativ blind. Die Ukrainer ja feiern das hier nochmal am Ende, indem sie eben sagen, insgesamt seien es, wenn ich es richtig sehe, jetzt über 20 Drohnen, die abgeschossen wurden der russischen Armee. Und das Ganze funktioniert tatsächlich. Es gibt also Gebiete, wo die Russen allein deshalb, weil sie weniger Drohnenüberwachung haben, weil sie weniger Drohnen in Luft haben, auch weniger Luftangriffe auf die Region ausüben, vor allem weniger gezielte Luftangriffe ausüben, weil sie eben nicht mehr in der Lage sind, genau ihre Ziele hier zu identifizieren. Wir gehen vom Osten der Ukraine in den Westen Russlands in die Region Kosk. Wir erinnern uns, seit dem 6. August fährt die ukrainische Armee dort eine Offensive innerhalb Russlands, um eben ein großes Ablenkungsmanöver zu starten und Russland eben vielleicht auch eines Tages dazu zu zwingen, diese Gebiete zu tauschen gegen besetzte ukrainische Gebiete. Russland hat seit zehn Tagen, seit elf Tagen, seit dem 17. September eine Gegenoffensive hier eingeleitet, die allerdings nicht zu viel geführt hat. Und wir wollen uns mal neueste Aufnahmen hier der ukrainischen Armee ansehen, die uns eben relativ gut zeigen, dass weiterhin Infrastruktur der Russen, und zwar hier Pongpongbrücken, aber eben auch verschiedene Fahrzeuge und verschiedene Soldaten oder verschiedene Militäreinheiten dort angegriffen werden und sehr stark dezimiert werden. Das heißt, was Russland versucht hat, mit seiner sehr starken Gegenoffensive vor elf Tagen, nämlich die Ukrainer hier komplett zurückzudrängen, sie in die Defensive zu drängen, eben selbst die Initiative zu gewinnen, das hat nur sehr teilweise geklappt. Wir schauen uns das gleich auf der Karte an, denn ein Großteil der russischen Einheiten dort ist weiterhin auch Ziel ukrainischer Angriffe. Wir sprechen hier sowohl über FPV-Drohnen als auch über Artillerie, als auch über HIMARS, als auch über andere Waffen, die eingesetzt werden von ukrainischer Seite, um eben die Russen hier anzugreifen. Und das Ganze zeigt uns eben, dass die Russen auch im eigenen Land, obwohl sie eben sagen, sie sind hier so stark und sie haben jetzt die Gegenoffensive gefahren und obwohl Putin zuerst gesagt hat, am 1. Oktober muss das Ganze enden, da muss alles befreit sein wieder in Anführungsstrichen, dann hat er gesagt Mitte Oktober, aber das Ganze sieht überhaupt nicht realistisch aus, weil wir eben sehen, dass die Ukrainer sehr gut aufgestellt sind, dass sie sehr viel Überwachung haben und dass die russische Einheiten, die auch nur in Stellung gehen für einen möglichen Gegenangriff, dass sie sie eben sehr früh angreifen und dass sie zu sehr hohen Verlusten auf der russischen Seite führen. Und das ist eben ein Grund, weshalb wir keine große Veränderung der Karte gesehen haben in Kosk. Wir schauen uns das mal an, während wir hier noch einen weiteren BTR sehen, der von der ukrainischen Drohne angegriffen wird. Wir sehen also in Kosk, dass das Gebiet, was die Ukrainer dort erobert haben seit August, dass es nur ja minimal geschrumpft ist eigentlich. Wir erinnern uns, der russische Gegenangriff ging von Koronevo los und hier wurden auch tatsächlich einige Gebiete wieder zurückerobert, die jetzt wieder unter russischer Kontrolle sind. Allerdings alles in allem sind das ungefähr zehn Dörfer, weitere mehr als 40 Dörfer und eben auch die Kleinstadt Tsutscher, da unten sehen wir sie, sind weiterhin unter ukrainischer Kontrolle. Das heißt, nach mittlerweile elf Tagen russischer Gegenoffensive hat man ja kaum etwas geschafft, vor allem eben im eigenen Land kaum etwas geschafft, wieder zu befreien. Und die Ukrainer haben ihrerseits hier etwas weiter westlich einen weiteren Vorstoß gewagt und haben hier sehr erfolgreich die Russen eben davon abgehalten, mit ihrer gesamten Kraft nach Osten zu gehen, sondern die Russen müssen jetzt eben auch in Richtung Westen verteidigen und in Richtung Osten versuchen anzugreifen und das fällt ihnen sehr schwierig. Und wir haben verschiedene Quellen, die uns gesagt haben, dieser massive Angriff vom 17. September, also der erste Angriff, der mit zehn Panzern und Schützenpanzern gefahren wurde. Von diesen zehn Panzern und Schützenpanzern ist mittlerweile kein einziger mehr übrig. Alle wurden im Laufe der Kampfhandlung hier zerstört. Die Russen versuchen derweil weiter hier nach Lyubimivka und in andere Regionen vorzudringen. Hier oben sehen wir ganz interessant, dieses kleine Ort, der kleine Ort mit Namen Kamyanka ist weiterhin unter russischer Kontrolle seit dem 6. August. Die Ukrainer sind dran vorbeigegangen, haben ihn umzingelt, aber sie haben dort nicht die Kraft, weil es eben eine Garnision ist von russischen Kämpfern. Sie haben bisher nicht die Kraft, diesen kleinen Ort wieder zurück zu erobern. Zuletzt wollen wir uns dem Thema Luftverteidigung der Ukraine widmen. Dort gibt es neue Aufnahmen, die zeigen, dass Unterstützung aus Deutschland angekommen ist und zwar ein sogenanntes Skynex-System. Ein Skynex-System, wir sehen es hier bei der Arbeit ist ein Maschinengewehr gestütztes Flugabwehrsystem der Firma Rheinmetall mit einer Orlikon-Kanone 35 Millimeter. Vier Stück davon insgesamt wollte Deutschland liefern. Zwei Stück sollen wohl angekommen sein bereits in der Ukraine. Zwei weitere werden noch geliefert, aber wir sehen hier schon seltsamerweise, dass dieses System hier nicht mobil geliefert wurde. Wir sehen, dass es sehr schnell ist, dass es eben auch eben verschiedene Schahid- oder Geran-Drohnen abgeschossen hat. Große Kamikaze-Drohnen der russischen Armee. Aber aus Gründen, die jetzt nicht ganz klar sind, ob das jetzt nur für dieses Video ist oder generell der Fall ist, wurde dieses System nicht auf einem LKW oder auf einem beispielsweise Boxerschützenpanzer geliefert oder auf dieser Plattform geliefert, sondern es sieht so aus, als wurde es tatsächlich hier irgendwo ins Gebiet gestellt. Was merkwürdig ist, weil es nämlich nur eine Reichweite hat von etwa vier bis fünf Kilometern. Das heißt, die Drohnen müssen sich schon sehr stark nähern, die russischen Drohnen, damit dieses System sie abschießen kann. Wir wissen nicht genau, wo das System steht. Möglicherweise steht es in der Nähe eines strategischen Ziels, was Russland immer wieder angreift. Und das wäre natürlich dann dementsprechend sinnvoll, dass man dieses Ziel stationär dort bewacht. Hier sehen wir es aber nochmal ganz gut. Das wurde also abgesetzt von einem LKW und steht dann dort relativ still. Die Luftverteidigung bleibt eines der größten Probleme der Ukraine. Wir haben es eben gesehen, man versucht es mittlerweile mit eigenen kleinen Drohnen eben den Luftraum zu verteidigen. Aber auch solche Hightech-Systeme aus Deutschland sind natürlich wichtig. Nichtsdestotrotz, die sind extremst teuer. Zwei sollen in der Ukraine sein, zwei weitere werden geliefert. Wir haben es gerade gesagt, fünf Kilometer Reichweite mit anderen Worten. Es braucht wesentlich mehr als diese Systeme, um den ukrainischen Luftraum vor russischen Angriffen zu schützen.